Hallo, es ist jetzt halb zwölf nachts auf der Sea-Watch 3. Wir liegen immer noch außerhalb des Hafens von Lampedusa. Obwohl heute Nachmittag die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen mich eingeleitet hat, hat sie auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie uns nicht helfen wird, die Geretteten von Bord zu holen. Das heißt, nach wie vor warten wir auf eine Lösung. Die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen, der jetzt gerade nachts frei ist. Wir bereiten gerade das Schiff vor und nehmen an, dass wir ungefähr eineinhalb Stunden an der Pier liegen.